Dann sind sie raus aus dem Leistungsbezug, dann sind sie beim Jobcenter, dann haben sie ihr Ziel erreicht in EIC 2. Meine Eltern haben fix für die Arbeitslosigkeit, die sind ja nie. Ich komme jetzt auch mal eben, ich komme gleich über und ich habe ein bisschen Lust darüber, ich hatte ein bisschen Käse einfach genommen, ich habe ein bisschen Kuscheln, ich habe noch Sauerkraut, ich habe noch Sauerkraut, ich komme mal, wenn es noch Sauerkraut gibt, dann gibt es fertig, die Kuscheln, die hat sich wie ein Pes, ist das nicht die Helene Fischer? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ach süß.